Megatherian, ein mega wildes Biest. Es ist ein imaginärer Biest, der dich durch das Leben führt. Das ist sowas wie ein Spirit-Animal. Oh. Ich sage dir, dass du mehr Drogen machst, meistens. Sehr gut. Du solltest sie nicht machen. Du bist eine Wurfelmacherin und Nicke. Du bist eine Wurfelmacherin und Nicke. Anyway, jetzt kennst du die Geschichte des Fallen-Eis-Creams-Empires. Die Temperatur hat in der Nacht gebrochen. Du siehst Frost an den Wänden. Oh, es ist später geworden. Anything else? Another failed business perhaps? I've been here for a long time. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. The doorbell with the empty name card must belong to her then. That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Right. It used to be a gaming arcade. This is an ancient failure. Before my time. I'm not surprised, however. My advice? Don't base your business on a fat. Hypnotism, fluorographie, trick track, especially pinball. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubted anyone response. If the whirling is part of the same building, then it's part of the Doom commercial area. The darkness of this place is there, too. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Lipstream SEA? Was it a woman? Maybe it was Play Sans from the bookstore. No, she meant it was. Tri-Centennial Electric? Tri-Centennial Electric? It was a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No. It was something else. It was eerie. It was too real to be just a prank. Either we're dealing with a professional actress or whatever happened, keep your cool. It's probably better to admit that it was a harmless prank. A prank is more likely, no? Oh, the kids these days. We were just one of them and now they're terrorizing us. No Solidarity. What? You know what? What? How you're having a prank on you? What? What's this? My courage to be greedy. What? It? Yeah. Yes. 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 Warum würde Sleepstream eine 100-jährige Rekorde haben als ihre Türbeln-Message? Das macht keinen Sinn. Ich bin trotzdem überzeugt, dass es nichts mehr als ein elaborierter Prank war. Natürlich, ich höre. Ich bin ziemlich sicher, es ist sicher. Ich höre gut. Ich hoffe, es hat Dinge ein bisschen klar. Was hilft? Aber die Schicksalsgöttin möchte nicht glauben, dass bei der Klinge jemand rangeht. Das ist irgendwie auch faszinierend. Aber hey, es ist 23 Uhr. Wir haben gut die Zeit rumgetrieben. Die Dielen knarren. Hä? Wir haben noch irgendwie neue Gedanken, oder? Der langsame Heimweg ist bald fertig. Wir haben noch die unsichere Welt. Alle roten Würfelbrangen schlagen fehl. Ist der vorübergehende Forschungsbonus. Bei diesem Spiel scheint es sich ums Siegen zu gehen. Das Ausbleiben von Niederlagen an allen Fronten. Siege bei geschäftlichen Unterfangen und kreativen Vorhaben. Siege in der Liebe und bei anderen Menschen. Politische Siege. Ideologische Siege. Auch sogar sexuelle Siege. Auf jeden Fall auch viele objektbasierte Siege, bei denen man Dinge hat und sie nicht verliert. Allerdings gibt es ein Problem. Es sind nicht viele Siegende zu sehen. Die meisten Leute sind die meiste Zeit am Verlieren. Aber warum? Und wie schafft man es nicht zu verlieren? Das klingt irgendwie so, als könnten wir das forschen. Aber ich hab grad keinen Punkt. Ich sollte übrigens mal ausdauern, ob ich weiterleveln, oder? Wahrscheinlich könnte ich jetzt noch was hier mitnehmen, oder? Ich komm jetzt ja vorne gar nicht raus bei Pleasant, oder? Wie auch immer dieser Gebäudekomplex eigentlich funktionieren soll. Hab ich das Ding letztes Mal schon bewegt? Die Barbell wartet patiently auf dem Boden. Ich hab' vor Schmerzen? Ja, ich glaub' auch mit... mit genug Zeug komm' ich nicht... Hm? Der Laden auf der anderen Seite ist über Nacht geschlossen. Komm' morgen wieder, okay? Das geht echt nicht! Oh! Das ist ja ne Enttäuschung. Das find' ich ja gar nicht gut. Äh. Muss ich echt richtig kennenlernen? Diese komische Schaufensterpuppen, die hier rumstehen, machen mir übrigens auch nicht gerade Freude. Nee, halt. Wie lang muss ich? Hä? Tja, gut. Die unsichere Welt ist halt ein Gamble. Du darfst quasi vier Stunden lang nix machen, dann bekommst du nen netten Boni. Naja, ich kann ja vier Stunden lang meine Fallakten lesen. Außerdem so viele rote Würfelproben hatten wir doch gar nicht bis jetzt. Die ich nicht wiederholen kann. Ja, das hätte sie sich halt heute voll angeboten, ne? Also jetzt zum Beispiel. Obwohl... Hat keiner gesagt, dass die Verlagten keine roten Würfelproben haben, ne? So ist 23 Uhr. Ich renne jetzt noch mal zur Grauffahrerin. Gibt's da eigentlich irgendwelchen Nachteil davon, wenn ich die Nacht quasi durchmache? Keine Ahnung. Letztes Mal war ich glaube ich bis um zwei wach, ne? Und wenn ich jetzt bei der Grauffahrerin noch was Neues zu erfahren, ne? Aha. Ach so nachts ist sie immer wach. Du kannst dauerhaft bei ihr Moral verlieren, das ist ja geil. Oh, do I need drugs for, Lohmann? What I say. Then what will you... Maybe if she thought you're corrupt. Vielleicht wenn sie sich für korrupt halten. Everard hat mich geschickt. Who the fuck is your rat? Haha. And what do I care about the Union Boss? He's not Gariel. He's not Franco Negro. He's not even Hermione Gildo the Hound. Good. Na schön, wechseln wir das hier. Hm. Also ich dachte da ja nichts für sich zu sagen. Achso, ich wollte ja nochmal zu Everard laufen. Das würde sich jetzt tatsächlich jetzt um die Uhrzeit anbieten. Entweder ist er am Bett oder sitzt er den ganzen Tag rum. Ich habe leider noch keinen Klappstuhl gefunden. Das wäre noch wirklich... Na guck mal, hier kommen wir mal. Janna ist auch nicht da. Ein Klappstuhl wäre noch echt praktisch, um sich mit Everard auf gleicher Augenhöhe ohne ungemütliches Ding zu unterhalten. Ist Schädenmesser noch da? Schädenmesser ist tatsächlich da in der Uhrzeit. Da hinten ist ja auch nochmal ein Aussicht, oder? Ja, okay. Erlaubt mich immer noch drauf rum. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Gut, das nächstes gehen wir also Verlacken durch. Ne, hier hat sich ohnisch geändert in dem Sinne. Ich könnte nochmal bei den... Oh, was ist denn das hier? Nein, da war doch gerade eine Beobachtung. Zurück! Ab zwei Uhr schlafen alle. Jemand macht sich regelmäßig neben dem Rundfunkgerät bequem. Tja. Das sind dann wohl die Freuden, die diese Tage nicht mehr zu haben sind. Guck mal, hier sind noch White Pines Container. Die Drogen von Olle Dingster Wunster zu nehmen, von unseren Rennfahrern ist wahrscheinlich keine gute Idee. Hier sind sogar noch White Pines. Zugegebenermaßen ist die White Pines Lackierung echt ein bisschen langweilig. Oh, kann ich jetzt hier mit der Tür reden? Du bist zurück, bevor der Cargokontainer. Seine Drogen hat sich nicht reduziert, seitdem du hier letztes warst. Wenn auch nichts, scheint es etwas etwas zu haben. Die Container-Tür ist nicht bewegt wegen deiner Versuchung an Flatterie. Du bist wirklich ein technisches Meister. Kannst du dir dessen bewusst... Komm schon, lass mich hier rein. Draußen steh, lass mich hier rein. Die Tür reagiert nicht an deinen Erwartungen. Ist es möglich, dass es irgendwie mehr geschlossen ist, als vorher? Oder... Warum fühlt sich diese Situation so familiar? Hast du eine Geschichte von Propositionen in inanimate Objekten? Warte mal, kann ich meine Rhetorik irgendwie aufbessern? Ich müsste irgendwie die Gegenstände nach... Rhetorik können wir leider gar nichts machen. Ich kann meine Rhetorik verschlechtern. Du bist zurück, bevor der Cargokontainer. Es ist, wie es immer war. Die Tür... Alle sagen, der Container ist leer, ne? Aber... Das will ich doch mal... Das will ich nicht akzeptieren. Immerhin haben wir diesmal keinen Kim neben mir stehen, der mich... Der ist immer noch hier? Die Zeit. Oh, hey, Mister! Ich werde dich nicht mit einem langen Grünen verbrechen, wie wir vorher schon gesprochen haben. Okay. Da ist nichts Neues raus. Everard wahrscheinlich auch noch wach und steht einfach nur dumm rum. Kick safe. Oh, was war das noch? Gibt es hier irgendwo rote Farbe? Na sowas. Jemand hat... Jemand hat etwas auf den Couchtisch vergessen. Den Couchtisch? Oh, welcher Couchtisch? Hä? Woher sehe ich hier was? Nein. Das dauert doch schon die ganze Zeit den Dingsbums. So, hier steht noch ein Kaffee rum. Hm. Ja, du kannst nicht... Ärgerlicherweise nicht einfach mal heimisch seine... Wie tippt die Treibmaschine langsam weiter? Du kannst nicht heimisch seine Dings austauschen. Ich sehe immer so Farbeklecks. Ich hätte gern... Ich hätte gern rote Farbe. Was habe ich hier eigentlich noch? Wenn man fährt die Wohnung selber, dann hat die Gebiet in die Kette hinterher gewechselt... Ja, aber... Wie ist die Information? Das ist Stauretsel? Ich kenne den verfluchten Gehrblick. Es ist ja... Es ist ja die Plätze, was du herausgezogen hast. Du hast gelernt, ZIT. Ja, Morrell. Für die Serien nehmen wir das Russland unseres Opfers. Schließt im Mittwoch... Im Mittwoch die Schwerhäuse. Mach die Wand noch schöner. Finde schwer über das Regierungsbestände und kehre zur Wand zurück. Ja, schwer über das Regierungsbestände. Das klingt so, als müssten wir was von Kims Wagen ablassen, oder? Hm. Ich glaube, wir haben jetzt echt nichts mehr zu tun, außer Fallakten zu lesen. Können wir nachts noch mit irgendjemandem reden? Ein Rost in Control. Oh, ne, was ist das? Da ist gar nichts passiert. Oder ansonsten... Schön, dass die Mädels von Schäbeln besser auch nichts besseres sind. Wenn das Phylogien leuchten, bestehen das Auge. Warte dich mit tiefen Summen. Schön. Hm. Ich könnte natürlich die Map aufmachen, wo noch ungefähr alle tausend Skill... Skill-Shacks der Welt sind. Schmerzgrenze, Mann, was ist Heimler? Tür mit vorhin geschlossen, Mechanik, Mittel. Wo war die Tür mit vorhin geschlossen? Nippes-Vitrine. Der Gehengte. Ja, der ist ja weg. Die Dossal-Autorität göttlich. Beherrschung. Weißmaschine. Russischer Lastfang. Zwielicht beachtlich. Die Weißen sind die, die ich wieder machen kann? Wo war denn die Tür mit vorhin geschlossen? Was? Weil ich habe jetzt ja... Die Liste ist extrem unpraktisch. Und dann, die könnte ich... Genau, die Weißen sind die, die ich nicht machen kann. Cafeteria-Fenster. Warn im Museen heroisch. Schädelmesser-Körper aber beachtlich. Konzeptbögen unmöglich. Kartenwand, Mechanik, herausfordernd. Schlafende Arbeit. Ah, den könnte ich also... Den könnte ich noch was machen mit den schlafenden Hafenarbeiter. Also, nicht, dass es irgendwie was bringen würde, aber ich könnte. Aber war denn dieses Dome vorhin geschlossen? Also, das müsste ich ja... Ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen Mechanik gelevelt. Das müsste ja jetzt eigentlich was werden, oder nicht? Wir haben aber noch kein Tonband gefunden. Habe ich Ihnen mal an, das finden wir dann auf der anderen Seite des Flusses. Den wahrscheinlich etwa drei Stunden. Können wir mal einen Weg so drücken. Kommen wir hier noch rein ins Friede? Ah. Ist sehr schade, dass ich das nicht... Wahrscheinlich hätte mir, hätte mir, dass die Schicksalsgöttin auch nur gesagt, dass... Dass das kein einzigartiges Verhalten ist. Von jungen Frauen, dass sie so tun, als gehöre ihnen die ganze Welt. Die Hardy Boys sind weg und sie haben Geld hinterlassen! Schön erstmal die Spenden für den Koch weggeklauert. Was ist denn das? Ist hier noch was? Tja... Du siehst? Ein schweres Stuhl. Die Tür. Die Kobold-Blau. Old Kobold. Das führt zu einem Seitenbau. Tja... Aber wir wissen, dass das zum... Zum... Zum Gewerbekomplex gehört. Ob wir gar darauf ansprechen können, auf den guten Gewerbekomplex? Wer sind die da eigentlich schon wieder? Kann ich dir helfen? Die Rechnung vor heute ist ja beglichen. Wer ist Blondie hier? Ha. Nichts geht über Geld. Wow. Sie stehen noch Wände und irgendwelche Leute rum. Aber alle Klaas hier haben wir zum Beispiel auch nicht wieder gesehen. Das ist ja Kims Zimmer, ne? Das ist klar. Das ist klar. 23 Uhr. Jetzt kann ich nicht mal ein Abschlussgespräch mit Kim machen, weil er nicht da ist. Ne, hier gibt es auch nichts mehr zu tun. Wenn ich da irgendwas finde, um irgendwie das Fenster wieder zu flicken. Irgendwie. Kann ich mir die mit Lattern hier mal machen? Och, Menno. Einfach nur hairy? Soll das ein Wortspiel auf hairy sein? Ach. Naja, Judi. Ähm. Wo denn das glücklichen Pass? Hm. Unterfülligen Windspeicher. Das sieht ja auch sehr ruhig aus. Egal, wir haben auch eine Fallakte zu lesen. Braucht es noch nicht mehr heute. Sondern beim nächsten Mal, wenn wir uns zusammen in die Nacht vertreiben, die über Fallakten lesen. Das kann doch gut werden. Macht's gut, bis dahin.